Bereits zum 16. Mal findet die PIN-Party hier in der Pinakothek der Moderne statt. Und hinter mir, da versucht Lydia Fennett von Christie's aus New York, gerade die Besucher zu animieren, zu bieten für rund 60 Kunstwerke von internationalen Künstlern. Zur PIN-Party kommen jedes Jahr deutsche und internationale Förderer der Pinakothek der Moderne. Was die Veranstalter besonders freut, auch immer mehr junge Menschen begeistern sich für moderne Kunst. Ich stehe jetzt vor einem der Hauptlose der diesjährigen PIN-Party. Und jemand, der mir jetzt ganz genau erklären kann, was es damit auf sich hat, ist eine der führenden Auktionatorinnen aus New York von Christie's. Denn, dass du hier bist, kannst du mir etwas über dieses Bild erzählen? Unser Höhepunkt heute Abend ist ein großartiges Werk von Isa Gensken, eine der tollsten Künstlerinnen, die heute hier vertreten sind. Es ist unterteilt in ein Selbstporträt und eine Collage aus einem Mix aus Aluminium, Dollarscheinen und Klebeband. Die rund 800 geladenen Gäste können die 60 Kunstwerke, die hier in diesem Raum um mich herum hängen, ersteigern. Darunter sind Gemälde, Zeichnungen, Fotografien und Videoarbeiten. Zwischen den tollen Bildern befindet sich auch eine Skulptur mit dem Namen Love-Hate. Was hat es denn damit auf sich? Eine Love-Hate ist ein Ambigramm und ist wahrscheinlich so alt wie die Welt selber. Es ist ein Dualismus, es sind zwei Gefühle, die nicht unterschiedlicher sein können. Und es ist natürlich eine Referenz zu Faust, also dem sozusagen Erfinder dieser beiden Pole, und die in sehr, sehr groß am Siegestor in München auch steht. Und heute hier eine zum Mitnehmen sozusagen, eine kleinere Version für die Auktion in der PIN von mir gestiftet wurde. Wir haben überproportional viel weibliche Künstler diesmal dabei, was wir ganz toll finden, weil ja der Kunstmarkt lange Zeit sehr von den Männern dominiert war. Der Auftrag von PIN, den Freunden der Pinnakothek, ist es ja, dass wir dem Museum viele Dinge ermöglichen, die nicht im Haushalt vielleicht vorhanden sind. Wir finanzieren sehr viele Ausstellungen, wir finanzieren ganz viele Vermittlungsprogramme für alle möglichen Schichten, also für die Kinder, für die Schüler, für die Jugendlichen. PIN trägt seit über 50 Jahren mit bisher 1300 Ankäufen und der Förderung von Ausstellungen dazu bei, dass die Museen in der Pinnakothek der Moderne und das Museum Brandhorst an Größe und Ausstrahlung gewinnen. Also das Bild heißt Antiquity. Es zeigt eine junge Frau, die von der Akropolis in die Landschaft hinunter geht. Und für mich ist es ein Bild über Zeit, und zwar der Zeitfluss von der Antike bis in die Zukunft. Ich versuche, meine Persönlichkeit auf der Bühne zu zeigen. Das ist toll. Aber das Wichtigste heute Abend ist, das Museum zu unterstützen und den Gästen die tolle Kunst näher zu bringen. Wie erwartet brachte das Top-Los von Isa Gensken mit 100.000 Euro den höchsten Erlös des Abends. Insgesamt sind durch die Benefiz-Auktion eine Million Euro zusammengekommen. Ein Spendenaufkommen, mit dem künftige Ausstellungen und Ankäufe der Pinnakothek der Moderne und des Museum Brandhorst unterstützt werden können.